Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich Willkommen zu Voice Over Cars. Und damit hallo und herzlich Willkommen auf Voice Over Cars. Nicht falsch verstehen, ich mag Toyota und Mazda und ich verstehe auch die Vorteile des Batch-Engineerings. Machen alle, tun allen gut eigentlich auch und am Ende gewinnt sogar häufig der Endkunde. Nicht immer, aber immer häufiger. Von daher eigentlich alles gut. Aber eigentlich hat man bis dato zumindest versucht, die eigene Markenidentität einfließen zu lassen. Und gerade Mazda mochte ich aufgrund des Designs. Die bauen meiner Meinung nach echt schöne Autos. Naja, nun haben die Glück gehabt, denn der Toyota Yaris ist ja eigentlich auch ganz hübsch geworden. Also Emblem drauf und fertig ist die neue Mazda 2 Hybridkiste. Aber es wird nicht einfacher, denn das neue Modell ergänzt das Mazda 2 Modellangebot des japanischen Herstellers. Weiterhin gibt es den Mazda 2 Skyactiv-G mit dem Vierzylinder Benziner. Und der soll im Modelljahr 2022 ein Update erhalten und nochmals effizienter werden. Sprich, gibt es demnächst zwei Designs? Das wäre ja wirklich witzig. Komisch oder in Sachen Ersatzteilsuche in ein paar Jahren auch eher tragisch. Sprechen wir aber ganz kurz über den Hybridantrieb des Mazda 2, denn der ist wirklich gut. Ich bin in den Jahreshybrid schon gefahren und war positiv angetan von den Verbrauchswerten. Und das ist ja kein klassischer Plug-in-Hybrid, sondern ein Mild-Hybrid. Und im Fahrbetrieb teilen sich beide Maschinen auf. Der E-Antrieb bietet im unteren Geschwindigkeitsbereich mit seinem hohen Anfahrdrehmoment nachdrücklichen Vortrieb, während der Benziner bei höheren Tempi sein Gesicht zeigen darf. Verbunden sind die beiden Aggregate mit einer stufenlosen Automatik. Das ist ein Planetengetriebe, auch CVT genannt. Dieses bietet eine konstante Beschleunigung ohne Schaltpausen, aber der Motor jault dabei immer so konstant auf hohem Niveau. Das muss man schon mögen. Beide Aggregate können parallel wie auch einzeln arbeiten. Und von großer Ausdauer ist der E-Antrieb nicht gekennzeichnet, denn ich sag mal so roundabout 1,5 Kilometer bin ich maximal gekommen und auch maximal 50 kmh schnell gefahren dabei. Und dann kam der Verbrenner wieder hinzu. Und dann muss nämlich auch die Batterie wieder geladen werden. Und wie geht das? Über die Bremsenergie-Rückgewinnung, also sprich die Rekuperation oder halt im Schiebebetrieb. Aber das ist das Gleiche, denn auch da wird die kinetische Energie wieder umgewandelt in elektrische Energie und die kleine Lithium-Ionen-Buffer-Batterie, die wird dann halt geladen. Ja und der Hybrid-Antrieb des Mazda 2 wird kombiniert durch einen 68 Kilowatt starken, also 93 PS starken, 1,5 Liter Dreizylinder-Benziner und dem 59 kW starken, wenn man umrechnen möchte, 80 PS starken Elektromotor. Bei einer Systemleistung von 85 kW, also 116 PS, beschleunigt der Mazda 2 Hybrid dann in 9,7 Sekunden von 0 auf 100 kmh und die Höchstgeschwindigkeit, die wird bei 175 kmh liegen. Woher weiß ich das? A, kenne ich die technischen Werte vom Toyota-Jahres-Hybrid, aber B, es stand auch so in der Pressemitteilung vom Mazda. Dabei soll auch dieses Fahrzeug äußerst effizient sein. Der Kraftstoffverbrauch liegt im kombinierten WLTP-Zyklus bei nur 3,8 bis 4 Liter. Und ich würde darauf wetten, dass ich diese Werte sogar noch unterbieten könnte. Meine ich ernst. Beim Anfahren startet der Mazda 2 Hybrid automatisch im nahezu lautlosen EV-Modus, ohne CO2-Stikozide zumindest lokal vor Ort und andere Schadstoffe zu emittieren. Im normalen Fahrbetrieb arbeiten dann halt, wie gesagt, der Benziner und der Elektromotor für eine optimale Balance zwischen der Leistungsentfaltung und der Kraftstoffeffizienz möglichst effektiv zusammen. Und die beim Bremsen entstandene kinetische Energie, habe ich ja schon erzählt, wird wieder zurückgewonnen und dann in dieser kleinen Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie gespeichert. Ein vom Motor angetriebener Generator hält den Ladezustand der Batterie konstant. Und ein externes Aufladen ist damit laut Hersteller nicht nötig. Ja, ja gut, möglich ist es aber auch nicht. Das heißt, ihr könnt diese kleine Batterie gar nicht irgendwie aufladen. Deswegen Mild-Hybrid und kein Plug-in-Hybrid. Der 1,5-Liter-Dreizilinder verfügt über einen Drehmoment von 120 Nm, der Elektromotor sogar über 141 Nm und der Toyota Yaris ist 3,94 m lang, ohne Außenspiegel 1,75 m breit und 1,50 m hoch. Und ich wüsste noch nicht, warum der Mazda 2 Hybrid andere Abmessungen haben sollte. Trotz der kompakten Abmessung bietet auch der neue Mazda 2 Hybrid relativ großzügige Platzverhältnisse. Bei einem Raststand von 2,56 m genießen laut Pressemitteilung und laut Fahrzeugpapiere bis zu 5 Personen ausreichend Freiraum. Das Kofferraumvolumen beträgt 286 Liter. Unter uns bei 4 Personen ist Schluss und diejenigen, die hinten sitzen, die sollten weder groß noch stabil gebaut sein. Aber das geht schon in Ordnung für einen kleinen Wagen, echt, mein Ernst. Und von hohem Sicherheitsniveau des Mazda 2 Hybrid zeugt auch die Bestwertung von 5 Sternen im Euro NCAP Crash-Test. Da wurde nämlich der Toyota Yaris Hybrid schon getestet. Der Wendekreis wird bei 10,4 m liegen, die Bodenfreiheit bei 135 mm und der Preis vermutlich auf dem gleichen Niveau wie bei Toyota. Da geht es ab 23.450 Euro los und für die Art von Elektromobilität gibt es keine Förderung. Spannend fände ich nun die Frage, ob sich Mazda auch den GR Yaris schnappt. Das fände ich persönlich nämlich noch witziger. Was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung doch gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank. Vielen Dank.